So kamen sie in einen dunklen Wald, und als ob das nicht schon Grund genug zur Umkehr wäre, flog über ihnen die böse Hexe. Sie sah, dass die Kutschpferde verzaubert waren und verwandelte sie wieder in Mäuse. Denn Hexen brauchen Mäuse für ihre Hexerei. Dann legte die böse Hexe eine Spur aus Käse, um die Mäuse zu ihrem Haus und in ihren Kochtopf zu locken. Sie ist nämlich wirklich böse. Wir wurden wieder in Mäuse verwandelt. Ja, das sehe ich auch. Erzähl doch kein Käse. Apropos Käse, hier riecht es nach Käse. Toll, jetzt brauchen wir einen Trank, um sie zurückzuverwandeln. Wir schaffen es nie bis ans Ziel. Nur nicht aufregen. Zur bösen Hexe führt dieser Weg. Böse Hexen, gruselige Bäume, durchgedrehte Mäuse, auf Laktoseentzug, wir sind verloren. Ach, halt doch das Maulläser. Tja, wie geht das Tor bloß auf? Raufen, Held Jung! Halte den Ogre auf! Unidentitiviert der Flugabteil! Nicht in meinem Haus! Ich verpasse dir eine königliche Tracht Krögel! Nicht in meinem Haus! Nicht in meinem Haus! Ich verpasse dir eine königliche Tracht Krögel! Wer wagt es, die Ruhe des Wächters zu stören? Oh, entschuldige! Sieht aus, als hättest du Wurzeln geschlagen. Aber vielleicht könntest du mal ein Stück zur Seite rücken. Der seit unzähligen Jahren... Oh, verstanden! Hier brauchst du meinen Esus-Zicht! Ein Blindenhund wäre doch nicht schlecht. Oh, oh! Kümmere dich lieber um die Fallen, bevor noch jemand verletzt wird. Ruhe! Wieder mit dem König! Nächstes Mal setze ich mich auf dich! Keine Sorge, ich bin okay. Mein Pauke ist doch keine Pauke! Esel! Oh, richtig! Mein Eselstrip! Ich glaube, ich gehe mal hier lang. Was für eine Drachenstatue! Nicht zufrieden. Was ist der Robert? Ja, was für eine Drache ist möglich? Los aus unserer Stadt! Wo ist der Landtag? Oh Gott! Aua! Wo ist dein Angst? Was ist das? Aber es gibt noch die Prozesse für dich. Ah Gott. Hup, hab ich nicht gesehen. Ich möchte euch ja nicht rauswerfen, aber ihr habt jetzt genug. Ihr seid hier wirklich nicht willkommen. Und, was willst du dagegen unternehmen, du alte Blechbüchse? Neue Fleck. Sieh mal da! Mir reicht. Sie schmeckt der Hup so. Das hier ist unser Land. Ich hätte auf den Felschlein run. Oh. Oh. Ich glaube, ich stehe mal hier lang. Ich glaube, ich stehe mal hier. Es war einmal ein kleiner Mann, der hielt heraus die kleine Hand. Füllt sie mit Gold, oder ich? Also zahlt ihr jetzt oder nicht? Möge der Weg euch Freude bereiten und euch in die Irre leiten. Hey, pass auf! Was ist das? Mit Spezial wirft Rotkäppchen einen faulen Apfel. Unidentifizierter Suchapfel. Der Wurm drin. Gut gemacht, Leute! Unidentifizierter Flugapfel. So viel zu den Veganern. Esel! Oh, richtig! Mein Esel ist... Ach, Augen zu und durch! Ich rufe gleich meinen Ehemann! Äh! Ich das! Ich glaube... Ich heiße nicht Sand, sag! Das war's für heute. Schreck, komm mal her. Wie kommt die denn hierher? Oh, der Drache und ich sind geflogen. Du feuerspeiernde Schönheit. Die Mäuse gehören mir. Keine Bange, wir retten Fiona. Heldenzeit. Die Mäuse gehören mir. Die Mäuse gehören mir. Die Mäuse gehören mir. Die Mäuse gehören mir. Das war's. Ich hab die Prinzessin gerettet, ich meine, wir haben die Prinzessin gerettet, wir haben sie gerettet.